Jetzt packst du hier das Ohrfeuil hier. Und so, wer packst du hier das Ohrfeuil hier? Wie alt? Ja? Raus wieder. Hallo, du bist hier. Hallo? Hallo? Alles hat hier hier? Hier. Hier. Was ist hier? Alles gut? Hm? Das ist vollkönig. Da hat ich den Fallkönig. Guck so. Hier. Was ist hier oben? Schrambo. Schrambo. Ja. Was ist hier oben hier? Schrambo. Was ist hier oben hier? Schrambo. Schrambo. Was machst du hier ran? Genau. Schrambo. 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 Haare. Schlrambo. Schrambo. Schrambo. Ja. Schrambo. Schlrambo. Schrambo. 승 screen answer. halt nicht besser. Zeigen wir uns mal. Zeigen wir uns mal. So. Kein Erwerblin. So. Kein Erwerblin. Alles ist gut, ne? So. So. Gut, ne? So. Alles ist gut, ne? Mein Faktor. So. 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 Ist der Tecana auch in die Chest? Ja. So. Ist der Tecana auch in die Chest? Die. Die ersten beiden, ne? So. So. So ist denn der zweite? So. So ist denn dein Kumpel? Schau mal. Dass. Schau mal. Hä? Ah? Hi! Was machst du denn da? Hi! Alles gut, ne? Und da ist noch mein privater Tassenfogel, siehst du das, mein privater Tassenfogel? So, komm mal her. Siehst du das? Ja. So. Und mein privater, komm her. Ja, ich bin ein privater Tassenfogel. Hallo. Siehst du das heute auch dabei, nicht? So. Das reicht, sag ich nicht. Das muss ich übertreiben, nicht? Hopp. Und so, alles gut. So, und tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk Lauf auf 500 m. 1 bis 12. 05 Okay. Dannilete das wie so. 2 bis 18. 2 bis 19. 4. Vielen Dank.